Waren PC-Buster vor einiger Zeit noch auf Luftkühlung angewiesen, sofern sie nicht Unmengen an Geld ausgeben wollten. Innerhalb der letzten Jahre sind jedoch vermehrt All-in-One-Wasserkühlungen auf den Markt gekommen, die bei moderaten Preisen auch das bieten sollen, was eine große Wasserkühlung bietet. In unserem heutigen Test muss ich die Thermaltake Water 3.0 Extreme S beweisen und zeigen, ob sie ihren Kaufpreis wert ist. Viel Spaß beim Video! Der Karton der All-in-One-Wasserkühlung beinhaltet alles, was für einen Erststart benötigt wird. Neben den erforderlichen Befestigungsrahmen für AMD und Intel-Sockel sowie Schnellanleitungen sind auch allerhand Schrauben mit im Paket, die für einen Push-Pull-Betrieb mit bis zu 420er Lüftern benötigt werden. Zwei solcher Derivate und natürlich die Wasserkühlung selber sind auch mit im Paket enthalten. Die Thermaltake Water 3.0 Extreme S vertraut auf einen 240 mm Radiator mit einer Tiefe von 27 mm, der mit bis zu 420 mm Lüftern bestückt werden kann. Bereits im Paket enthalten sind 220er Lüfter, die in einem Arbeitsbereich von 1000 bis 2000 Umdrehungen arbeiten und per PWM-Stecker angeschlossen werden. Am Radiator sind ebenso zwei Schläuche mit einer Länge von 32,6 cm befestigt, die das Wasser von der Pumpe zum Radiator transportieren. Erstere arbeitet mit einer Drehzahl von knapp 3000 Umdrehungen pro Minute. Das Gesamtkonstrukt wiegt insgesamt knapp 1 Kilo. Der Einbau des Kühlers gestaltete sich nicht als sonderlich schwierig. Bereits nach kurzer Zeit ist das System einsatzbereit, nachdem das entsprechende Befestigungskit samt Backplate am Mainboard befestigt wurde. Mit der Einfachheit eines CircleFirm-Systems aus dem Hause Noctua kann sich diese Befestigungsmaßnahme natürlich nicht messen. Im Bereich der All-in-One-Wasserkühlung fällt das System aber nicht aus der Reihe. Getestet wurde der Kühler auf einem Core i7-2600K, der mit Prime95 unter maximalen Last gesetzt wurde. Bei einer Raumtemperatur von knapp 22 Grad ergab sich Summel unter Last eine Temperatur von maximal 51 Grad. Dieser Wert wurde nach einer Aufwärmzeit von einer halben Stunde gemessen. Im Idle ergab sich eine Temperatur von knapp 26 Grad, was kaum mehr als der Raumtemperatur entsprach. Um einen möglichst realistischen Einsatz zu simulieren, haben wir die Lüfter an das Mainboard gekoppelt und mit einer automatischen Lüftersteuerung laufen lassen. Hier fällt auf, dass die Kühlkapazitäten durchaus ausreichen, um die Test-CPU ohne Mühen zu kühlen. Mit einer Lautstärke von 37,3 Dezibel fällt das Ergebnis durchaus gut aus. Die Pumpe ist aus dem offenen Gehäuse zwar leicht herauszuhören, aber auch leiser als andere Vertreter der All-in-One-Kühlungen. Für absolute Silent-Fans reicht die Leistung allerdings nicht aus. Die Turmaltech Water 3.0 Extreme S stellt dank ihres großen Radiators genügend Kühlleistung auch für hitzköpfige CPUs bereit. Genügend Platz vorausgesetzt, werden also gute Temperaturen erreicht. Auch die Lautstärke geht unter kontrollierten Lüftern durchaus in Ordnung. Bei Maximallast sind diese jedoch deutlich hörbar. Auch die Pumpe agiert nicht komplett geräuschlos, was allerdings in den meisten Fällen nicht zu stark wahrgenommen wird. Im Bereich der 240er Wasserkühlung stellt dieses Derivat zu einem Preis von ca. 100 Euro dennoch eine gute Option dar. Das war es dann von der Turmaltech Water 3.0 Extreme S. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben dalassen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr an dieser Stelle natürlich auch einen Daumen nach unten geben. Konstruktive Kritik können wir natürlich immer gerne und die kann unten in den Kommentaren veräußert werden. Falls ihr dies noch nicht getan habt, dürft ihr uns natürlich auch gerne abonnieren, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Zudem findet ihr noch viele coole Tests und News rund um die Hardware-Welt auf der Hauptseite von PC Max. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, eine hardware-reiche Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.